Du willst mir doch nicht ernsthaft einen Streich spielen, Vater. Sebastian! Sebastian! Wach auf, es ist so weit. Der Geist ist da. Komm schon! Was ist? Warum bleiben Sie stehen? Sehen Sie was? Großvater, warte auf mich. Warte auf mich. Großvater. Großvater, warte auf mich. Großvater, bitte geh nicht weg. Ich bin doch hier. Ich bin hier. Ich habe Geräusche gehört. Ist das Fräulein Rottenmeiers Geist? Heidi! Heidi! Heidi schlafwandelt. Ich glaube, wir haben den Geist gefunden. Großvater. Robert! Papa! paints Kupfer! slopes